Simulation aktiviert Jetzt aber Jetzt habe ich jetzt noch einen Bogen Endlich. Ich weiß nicht, warum man sich überhaupt so dumm anstellt. Ich mach dich kalt. Ich mach dich fertig, Batman! Ist er gebrauchen? Bring es hinter uns! Was machen wir jetzt? Wenn wir mit dir fertig sind, wird nichts mehr von dir übrig bleiben. Simulation abgeschlossen. Gut das Training, ehrlich. Harley ist in der Stadt. Dachte, die würde ohne den Joker eingehen und sterben. Ich hab schon ein paar Gefängnisaufstände erlebt, aber das hier ist viel besser. Du hast mich zum Skarpus schon gelassen, aber diese Gnade werde ich dich gewähren. Ich muss nicht schliessen, wie dass das hier ist. Wie ist das? Wie ist das? Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Gercrow vorhat. Was zur Hölle? Kommt schon, los! Kommt schon! Bewegung, Bewegung, Bewegung! In Deckung! Zeit zu sterben, alter Mann. Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Es endet heute Nacht. Ein Freund von dir? Bleib hier. Ich finde das raus. Oracle, wer immer der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut. Wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt. Einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Pack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie plant. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Da sind fünf Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Zugehört! Scarecrow zufolge ist die Reaktion fast abgeschlossen. Die Reaktionierung der Anlage beginnt in 10 Minuten und 30 Minuten. Jetzt noch sie! Auf hier fahren wir einen tollen Bewegung. Oracle. Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt! Wir müssen sie aufhalten. Hör zu. Ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offengesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobile reinzubringen. Dafür bezahlen sie. Alle zusammen. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen. Das Haupttor steht offen, nach euch bereit. Da kommt ein milliardenschwerer Panzer auf euch zu. Wir haben im Innenhof einen Diamondback stationiert, Sir. Den machen wir kalt. Was für ein naiver Optimismus. Dein 60mm-Geschütz kann dieser schwergepanzerten Einheit durchschlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören. Tja, er kam durch den Panzer durch. Genau wie sie sagten. Er sucht nach den Geiseln. Er schränkt den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht raus in die verdammte Stadt und nehmen sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vorgegriff habt. Also begonnen. Sieht ganz so aus. Den Teil lebe ich am meisten. Leute einfach über Rumpeln. Helis kommen vom Horizont anbedüst und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Wieso bist du dann nicht in einem Dämmel? Wir haben letztens was Schlechtes gegessen. Sind diese dämlichen Rationen? Ich bin nicht ein zu gut. Er ist ein Blöden. Genau. Die größte Operation überhaupt. Und ich sitze hier bei einer dummen Chemiefabrik und suche halt mich zu kurz. Wie ganz oben ein Backman kommt auf dem BG. Es ist einfach nicht ein Verspaß. Wie ist das in den Regen? Wie ist das in den Regen? Wie ist das in den Regen? Achoo. Wie ist das in den Regen? Und ich bin nicht紓meling.